Hallo Lieben, ich bin Christian Halschen, mein Partner, Beziehungscoach, Filmpsychologe. Eine Sache noch mit der Ausbildung, da, weil jetzt so viel auf den letzten Drucker kam, haben wir nochmal das verlängert diese Woche mit dem Frühbucherpreis, also gibt es jetzt noch bis Ende der Woche, wenn ihr euch dafür interessiert und ist auch die Voraussetzung für Advanced nächstes Jahr und so weiter, aber gut, habe ich auch schon öfter gesagt, von daher gehen wir mal direkt in die E-Mail, die Frage ist, wann ist ein Date eigentlich so, wenn man so will, da schauen wir nochmal rein, von Preschnevskow und der schreibt, Hi Christian, erstmal vielen Dank für deine Arbeit, ich wiederhole aktuell den Kurs für die Dating-Skills, also bei mir ist der Dating in der Polarität, da ich demnächst ein Treffen habe. Ich bin Mitte 30, sie ist Anfang 30, ich kenne sie durch eine Face-to-Face-Veranstaltung, ähm, ja, das ist ja so, wo man sich so trifft, in einer Bar, also es wird so zusammengemischt von der, äh, von Face-to-Face und gleich viel Männer, gleich viel Frauen, war ich auch mal einmal, äh, einige Teilnehmer hatten danach eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, so sind wir als Gruppe Bohlen gegangen. Ja, also erstmal, ich habe da ja schon mal geredet, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, ähm, wie gesagt, ich, als ich das mal ausprobiert habe, hatte ich auch das Gefühl, da kommt irgendwie gar nicht so viel bei raus, keine Ahnung, ähm, aber man kann es natürlich probieren, das ist natürlich besser als gar nichts und das ist ja auch, wenn man so will, kein Online-Dating, so, von daher, ja, warum nicht, ähm, so, so sind wir als Gruppe Bohlen gegangen, mehr als Smalltalk hat es bisher nie gegeben, äh, jetzt hatte ich sie neulich per WhatsApp mal gefragt, ob sie Lust hat, mit mir mal auf einen Kaffee zu treffen, ähm, ja, also super Idee, vielleicht hätte man es sogar direkt live machen können, so, ne, also ihr müsst nicht immer, ähm, auf WhatsApp und so vertrauen, du kannst auch mit ihr zusammen rausgehen und du kannst auch ein Date on the spot machen und sagen, hey, wollen wir noch woanders hingehen und so, äh, kommt dann noch ein bisschen cooler rüber, aber immerhin, alles gut. Äh, sie hat zugesagt, jetzt treffen wir uns Samstag in einer Woche bei einem nicen Italiener, ja, sehr gut, freut mich für dich, das Ding ist, ich habe keine Ahnung, ob es sich hierbei um ein Date handelt oder einfach nur ein Treffen. Leute, also das muss ich doch in meinem Kurs gesagt haben, also kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das dann nicht gesagt habe, natürlich ist es ein Date, ähm, ich empfehle ja immer, das werden natürlich wieder, äh, viele ausrasten, aber ich empfehle immer jedes Treffen zwischen, äh, Single-Mann und Single-Frau, was auch so eine, äh, ja, was überhaupt, wo der Mann die Frau tracht, wo wir uns mal treffen und es nicht so eine Historie gibt von, äh, wir sind Kumpels, wo ich davon ausgehen, dass es ein Date ist, immer, 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 ne, äh, man sollte immer vom Besten ausgehen, äh, also sei denn natürlich, du bist jetzt nicht interessiert an der Frau, aber das bist ja, äh, und in diesem Kontext sowieso, also ich, äh, macht euch das nicht so schwer, irgendwie, ne, äh, es kann, natürlich kann mal, äh, also erst mal, Frauen sind ja von der Polarität da so ein bisschen vager, das heißt, vielleicht machen die sich gar keine Gedanken, ne, vielleicht, ähm, denkt sie, nee, ist kein Date, also die jetzt glaube ich nicht, aber vielleicht wird eine andere Frau im anderen Kontext denken, nee, ist es jetzt kein Date, aber dann denkt sie vielleicht auch, das ist cool, Mann hat ein gutes Game, ach nee, nee, ist jetzt auch ein Date, also, also von daher sollte man immer davon ausgehen, äh, auch gar nicht fragen, ähm, und, aber klar, weil du, ich hab ja in meinem Kurs, rede ich ja ausführlich über die Zeichen, dass die Frau Interesse hat, also natürlich sollte man jetzt nicht stumpf irgendwas machen, sondern, ähm, ja gut, hab ich ja alles in meinem Kurs beschrieben, wie man sich da verhält, und, ähm, ja, und wenn die Zeichen da sind, dann, äh, küsst du sie halt, fertig, also in diesem Kontext sowieso, aber ich würde da ganz offen rangehen, ähm, vielleicht, du weißt es halt nicht, ne, vielleicht sieht sie aus irgendwelchen Gründen das anders, aber dann wirst du es schon irgendwann merken, und, äh, dann weißt du es wenigstens, ne, also auf gar keinen Fall, das wird, glaube ich, super uncool, das jetzt wie so ein freundschaftliches Treffen behandeln. Ja, guck gerne in die Datingkurse rein, ähm, ich glaube, das ist dieses Jahr mit meinem meistverkaufter Kurs, und, ähm, ja, wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben. Die Datingkurse rein, ähm, ja, wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben. Vielen Dank.